Schön, dass Sie alle gekommen sind zur Veranstaltung gegen Dialog, die Vortragsreihe des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Heute für den letzten Vortrag im Sommersemester haben wir uns ein großes Thema vorgenommen, nämlich den Menschen. Es geht um die Bedeutung des Menschen im digitalen Zeitalter. Die Dinge um uns herum vernetzen sich, sammeln Daten, werden immer intelligenter. Das führt dann dazu, dass wir Kaufvorschläge oder Musikplays bekommen, die exakt auf unsere Wünsche zugestellt sind. Aber wie wir uns alle denken könnten, ist das sicherlich nicht das Ende, sondern erst der Anfang der künstlichen Intelligenz. Tools, die bisher rein unterstützende Funktionen hatten, werden eigenständig kreativ. Zum Beispiel Google Deep Dream malen Bilder für uns und Google Magenta komponiert Musikstücke. Wird da der Mensch womöglich überflüssig? Welchen Platz hat der Mensch in der digitalen, verletzten Welt? Über diese philosophischen Fragen trägt heute Abend Heiko Tunday vor. Er ist Designer und Creative Director bei Indeed Innovation in Hamburg. Er hat an der Hochschule für Bildende Kunst Braunschweig Industriedesign studiert, danach als freiberuflicher Designer und Unternehmer gearbeitet und ist seit 2010 bei Indeed Innovation in Hamburg tätig. Seine These ist, dass gerade Design im digitalen Zeitalter die Menschlichkeit ausmacht. Und er bringt es auf die griffige Form ACDC, Arts and Culture vs. Deep Computing. Nach dem Vortrag haben Sie wie immer die Möglichkeit zu Fragen zu stellen, diskutieren und anschließend dann doch im Foyer beim kleinen Catering die Diskussionen und Gespräche weiterzuführen. Damit übergebe ich das Mikrofon an Heiko Tunday und wünsche viel Spaß beim Vortrag. So, Dankeschön. Ja. Hallo. Hallo und schön, dass ihr und Sie alle da sind bei dem schönen Wetter. Ich für meinen Teil, ich habe ja auch mal irgendwann studiert, ich wäre ehrlich gesagt eher draußen jetzt. Aber wir versuchen das mal hier ein bisschen hübsch zu machen, dass wir alle ein bisschen Späßchen haben und tauschen uns ein bisschen aus. Ja, mein Thema soll sein, haben wir ja gerade gehört, Arts and Culture vs. Deep Computing zielt darauf ab, dass eigentlich vieles von künstlichen Intelligenzen oder überhaupt von Maschinen oder von Algorithmen übernommen wird. Die werden immer leistungsfähiger, können extrem viel und letzten Endes könnte man ja auch überlegen, wo führt das hin? Braucht man überhaupt noch irgendwie den Menschen am Ende? Wird der Mensch zum reinen Konsumenten? Oder wie verhält sich das Ganze? Was macht den Menschen eigentlich in dieser Welt aus? Und in dem Fall, weil ich ja nun mal Designer bin und mich mit Innovationen beschäftige, ist das auch etwas, wo ich sage, ja klar, Design kann da eine sehr, sehr wichtige und große Rolle spielen. Vielleicht noch kurz zu mir. In Hamburg arbeite ich bei Indeed und wir sind eine Firma für Innovationsentwicklung. Das heißt, wir bieten den Service der Innovationsentwicklung an. Ich habe irgendwann mal Industriedesign studiert, als es das noch gab, also komme aus dem Hardware-Bereich. Aber das entwickelt sich natürlich in der Zeit. Damals, das habe ich gerade eben schon kurz erzählt, als ich studiert habe, da gab es noch gar keine Mobiltelefone. E-Mail war da was so brandneues, das hat kaum einer verstanden. Und die Rechner, mit den ersten Rechnern, mit denen ich damals gearbeitet habe, da war die Festplatte, hatte 300 Megabyte. Und von daher ist das ein Shift, den ich selbst, ein Kultur-Change, den ich mitgemacht habe, in die Innovationsentwicklung mit der Denke eines Designers. Ich kümmere mich also auch um Business-Modeling mittlerweile, kümmere mich um alles, was um Innovationen sich herum dreht und begleite da unsere Kunden und Projekte. Und genau, das heißt, im Endeffekt, ich habe gerade gesagt, ich kam aus dem Hardware-Bereich, wir machen mittlerweile keinen Unterschied mehr zwischen Produkt und Service. Service-Design ist ein Riesenthema natürlich, das ist für uns eins, aber für unsere Kunden ist es natürlich oftmals wichtig zu verstehen, okay, die machen Produkte und Services, okay, das scheint irgendwie wichtig zu sein in der Kombination. Das machen wir bei Indeed, das sieht dann manchmal so aus, wie hier zum Beispiel für Sennheiser. Und da habe ich gerade, ich springe mal einen Slide zurück, noch was vergessen zu sagen, was wichtig ist. Design heißt nicht, dass wir Dinge schön machen. Das war vielleicht irgendwann mal so, Memphis oder so, na gut, Memphis ist vielleicht nicht so schön. Aber das war, Design ist nicht über schön, etwas schön machen, sondern Innovationen zu bilden, die etwas, die Mehrwert bilden, die an Value bringen. Das ist das, worum es im Design eigentlich geht. Und deshalb ist es mir immer wichtig zu sagen, ich glaube, es sind alles, oder viele Designer hier, aber für Nicht-Designer ist immer, ach ja, Heiko, du machst ja hier so, ach, Modedesign, na ja, genau, so tolle T-Shirts, ne, ja, ja. Oder diese Etiketten auf den Flaschen und so, nein, nein, das ist ein Teil, ein ganz kleiner Teil von Design. Design kümmert sich um viel mehr, um die Gesamtheit, also nicht nur die Etikette auf der Trinkflasche, sondern über das Trinken selber, ja, oder über Wasser. Das sind die Themen, die wir bearbeiten. Gut, wir machen natürlich auch einfachere Dinge, die auch schön sein können, in dem Fall ist das hier für Sennheiser ein Produkt, da kann man aus jedem kabelgetriebenen Kopfhörer einen kabellosen machen, sozusagen, man steckt einfach das Kabel in diese kleine Box und damit hat man im Prinzip dann einen kabellosen Kopfhörer, hat den Hintergrund, weil ich gesagt habe, es soll Mehrwert bieten, dass man sich vielleicht nicht den nächsten tollen, großen, teuren Kopfhörer kaufen möchte, sondern man hat vielleicht schon einen für 300, 400 Euro zu Hause und den möchte man dann vielleicht cordless machen. Das kann man mit diesem Gerät. So etwas entwickeln wir, kümmern uns aber auch um, ich glaube, mein Mikro raschelt ein bisschen. Okay, so ist besser. Ja. Okay, sonst schalten wir es einfach aus. Gut, wir kümmern uns aber auch um Themen, ich habe gerade gesagt, Service Design ist ein Riesending. Das ist ein Produkt, das wir zurzeit versuchen, oder das ist noch in der Entwicklung, deshalb sage ich versuchen, in Kapstadt zu launchen als Testmarkt. Und zwar ist Kapstadt nicht zwingend die sicherste Stadt auf der Welt. Das heißt, wenn man da nachts unterwegs ist oder so, gibt es dann schon ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Und mit diesem Clip hier, das trägt die Dame hier am Revers, kann man jederzeit einen Sicherheitsdienst rufen. Das heißt, da ist binnen von, Sie konnten wenig sagen, aber von wenigen Minuten ist da so ein bewaffnetes Team dann vor Ort und kann einem sozusagen dann helfen. Das ist ein großes Sicherheitsbedürfnis da vor Ort, was wir da erkannt haben. Das Interessante ist von der Mache her, dass es hier eine Verbindung gibt zwischen Hardware, die einmal da ist, als Clip und dem Service sozusagen, der auch schon vorhanden ist. Weil Sicherheitsteams gibt es in Kapstadt relativ viel. Aber dieses Gerät sozusagen, das Service, der dahinter steckt, verbindet diese ganzen Teams miteinander. Und das funktioniert so, dass man im Prinzip so einen monatlichen Beitrag bezahlt, also wie so eine Flatrate eigentlich. Ich glaube, das sind irgendwie 10 Dollar oder sowas. Und dann kann man auf diesen Service zugreifen und hat immer sowas dabei. Um sowas kümmern wir uns auch. Nicht zwingend Hardware oder gar keine Hardware mehr involviert. Wir machen auch Apps, machen wir eine App. Das ist Tinder für Essen. Also, vielleicht kennt ihr das ja auch. Wo gehen wir denn jetzt mal essen? Oder man guckt irgendwie, keine Ahnung, manche sitzen zu Hause, Netflix. Was wollen wir denn jetzt machen? Pizza schon wieder? Weiß ich nicht. Und man kümmert sich zwei Stunden darum. Zwei Stunden darum. Ich bin vielleicht auch laut genug. Oder so. Ich dachte, du wolltest mir an. Tinder für das Essen sozusagen. Also, man kann hier, werden in diesen Service werden eingespießen alle Angebote, die so im näheren Kreis irgendwie vorhanden sind. Also, die Restaurants können da ihre Angebote reinstellen. So ein bisschen wie bei Airbnb auch. Das heißt, da kommt dann ein Service, macht schöne Fotos vom Essen, weil das kann ja auch nicht jeder. Also, nur weil ich ein toller Koch bin, mache ich noch lange kein tolles Foto von meinem Essen. Und dann kann ich mich da halt durchswipen und am Ende finde ich relativ schnell raus oder besser raus, was ich vielleicht dann irgendwie am liebsten mag, ohne jetzt irgendwas zu übersehen oder schon wieder die Pizza Margherita zu nehmen. Also, dann möchte ich nur sagen, wir decken eigentlich die gesamte Ebene ab, von rein Hardware bis hin zur Software. Und alles immer versuchen, und das ist ja das Wichtige dabei, immer mit Sinn zu füllen, auch diesen Mehrwert da drin zu haben. Das ist das Entscheidende. Das heißt, nicht nur hübsche Bilder zu machen, sondern es soll ja auch Wert haben. Das ist unser Thema. Gut. Wenn man sich jetzt überlegt, was ich gerade gesagt habe, was das Thema ist, Künstliche Intelligenzen, Maschinen, Deep Learning, das übernimmt alles mehr und mehr, könnte man ja sagen, klar, das ist die Zukunft. Bei AI, da müssen wir rein, das wird alles übernehmen, das wird die Welt verändern, dramatisch. Da gibt es auch ein paar Visionäre, die sagen, gut, das ist auch gut, wenn der Mensch vielleicht nicht mehr so wichtig ist, dass die Systeme das übernehmen, eine bessere Welt dadurch vielleicht erschaffen. Und dann gibt es die andere Partei eventuell, die sagt, nee, Kunst und Kultur, das ist das, was den Menschen ausmacht. Das müssen wir auch schützen. Das ist ganz wichtig, dass wir das behalten. Es sind so zwei Pole, die gegeneinander eigentlich, vielleicht nicht arbeiten, aber es sind zwei Gegenpole. Deshalb auch dieser Blitz in der Mitte. Die Frage ist nämlich dann, wo bleibt denn der Mensch in diesem Spiel? Was passiert mit dem Menschen eigentlich? Und wenn man jetzt sagt, Kunst, Kultur, das ist das, was den Menschen ausmacht, werfen wir mal kurz einen Blick auf den Kulturbegriff. Können sicherlich einige besser erklären und auch wissenschaftlicher, ich mache das mal so ganz hands-on, Kultur ist eigentlich das, was man aus etwas Bestehenden etwas Neues schafft. Also Agrikultur zum Beispiel. Man hat einen Acker und man hat einen Samen, den man pflanzt und daraus erwächst was Neues. Eine Pflanze, ein Baum, eine Blume, irgendwas. Das ist das eigentlich auch so. Die Schaffenskraft, das ist das, was den Menschen ausmacht. Und die kulturelle Performance ist eigentlich das, wo man sagt, aus etwas Bestehenden etwas Neues schaffen, etwas Größeres schaffen, etwas Anderes schaffen. Wenn man das mal so nimmt und dann sagt, Deep Computing sich anguckt. Und zum Beispiel haben wir hier einen Algorithmus, beziehungsweise eine künstliche Intelligenz, die heißt Orbit. Ich weiß nicht, ob ihr kennt das jemand? Okay, also Orbit ist eine Marketingintelligenz. Die launcht automatisch selber eine Kampagne und variiert die nach dem Feedback. Das heißt, die stellt eine Kampagne raus, dann kommt ein Feedback, okay, kann nachgucken, wie viele Leute haben geklickt, wer fand das gut, gibt es negatives Feedback oder positives und verändert die Kampagne dann. Also setzt man ein anderes Bild ein, ändert mal den Text, den Slogan und testet das dann wieder. Und das macht es in einer Geschwindigkeit, das ist unglaublich. Also die hört ja auch nicht auf zu arbeiten, da gibt es ja keinen Arbeitstag. Die knallt das alles durch und ist ultra erfolgreich. Es gibt also ein Beispiel, da gibt es in den USA einen Harley-Davidson-Store, die haben irgendwie im Monat zwei Motorräder verkauft oder sowas. Und haben schon nach vier Wochen, als sie diesen Orbit eingesetzt haben, haben sie irgendwie 70% Umsatzsteigerung gehabt. Weil das Programm natürlich überall alle Menschen permanent ansprechen kann, Feedback sofort verarbeiten kann, was kein Mensch in der Form kann. Super effizient. Hat also tatsächlich etwas Vorhandenes genommen und das verändert. Hat aus dieser Kampagne die bessere Kampagne gemacht, die schnellere Kampagne, die erfolgreichere Kampagne. Kein Mensch war damit involviert. Ein anderes Beispiel, Musikstücke. Es gibt mittlerweile genügend Algorithmen oder künstliche Intelligenzen, die analysieren Musikstücke und schreiben dann Musikstücke, die ähnlich klingen oder in dem Stil zumindest sind, wie das Ursprungsprodukt mal war. Also da gibt es auch ein Beispiel, es wurde so ein Bach-Stück, also von Bach, ich glaube es war von Bach, genommen. Die künstliche Intelligenz hat das Stück analysiert, durchgerechnet und sich genauestens angeguckt und dann mehrere Musikstücke dazu geschrieben im Sinne von Bach, die dann natürlich nie geschrieben hat. Die gab es so nie, diese Songs. Und die wurden dann Musikstudenten mal vorgespielt und die sollten bewerten, welche Songs eigentlich die emotional ansprechendsten sind. Welche waren das wohl? Na, die von der künstlichen Intelligenz natürlich. Also da war wieder so ein Punkt, wo die künstliche Intelligenz das bessere Bach-Stück geschrieben hat, als der das selbst hingekriegt hat. Durch die Analyse und die Umformung. Auch aus etwas Bestehenden etwas Neues geschaffen. Kultur. Das gibt es auch für Malerei. In Berlin gibt es einen Künstler, der hat gesagt, er will das mal ausprobieren, er will mal wissen, wie das funktioniert. Die künstliche Intelligenz hat all seine Malereien analysiert und ausprobiert und durchgerechnet und hat dann selbstständig angefangen, Bilder in seinem Stil zu malen. Und es war so erfolgreich, also auch wieder aus etwas Bestehendem etwas Neues geschaffen, dass diese künstliche Intelligenz jetzt die Muse dieses Künstlers ist. Das heißt, die arbeiten zusammen. Auch da war die künstliche Intelligenz, ja, also man denkt ja immer so, ja, Malerei, das kann künstliche Intelligenz nicht. Oder Musik, wie im klassischen Sinne, das kann künstliche Intelligenz nicht. Doch, was können die? Die nehmen etwas Bestehendes und schaffen etwas Neues daraus. Das ist ja das, was der Mensch auch macht. Also, er nimmt sich ein paar bestehende Teile und baut sich daraus etwas. Etwas Neues. Also ein Tank, ein Antrieb, eine Steuerung. Und jetzt kommt der große, wichtige Unterschied. Der Mensch macht etwas, was die künstliche Intelligenz tatsächlich nicht kann. Verleiht dem Ganzen einen Sinn. Was fange ich denn damit an? Ich kann nämlich damit zum Beispiel irgendjemand in die Luft sprengen mit der Rakete, eine Atomrakete daraus bauen. Oder mit dem gleichen Aufbau kann ich im Prinzip den Mond erforschen. Der Sinn, warum mache ich denn das alles? Ja, also das ist doch das, was tatsächlich den Unterschied ausmacht. Den Sinn dahinter, was ich damit eigentlich erzeugen will, den Purpose, wie es heißt. Das ist das, was den Menschen dann wieder, was er dazugeben kann. Genauso wie, ich komme aus dem Industriedesign, die nächste Bohrmaschine. Tolles Ding. Die künstliche Intelligenz kann auch eine tolle Bohrmaschine machen. Die analysiert genau, was am Markt am besten ankommt, wie stark die sein muss. Die analysiert die Ergonomie vom Menschen, welche Handgrößen da genau passen. Der Griff wird da ganz toll und keine Ahnung, was alles gemacht wird. Die beste Bohrmaschine aller Zeiten wird da entwickelt. Das neue Ding. Aber die Motivation, was ich damit machen will, das ist das Entscheidende. Also, ich kann damit natürlich ein Loch in die Wand bohren. Das ist das Ziel. Oder ich kann noch was anderes damit machen. Also das ist das, wo es heißt, okay, was habe ich eigentlich damit vor? Diese Frage, sich überhaupt zu stellen, das ist das, was man sagen kann. Das ist dieses Kunstkultur, dieser Kulturgedanke, der da drin steckt. Letzter Punkt vielleicht. Das Thema die Intention. Was möchte ich denn damit zum Ausdruck bringen? Also, der junge Herr hier, der möchte natürlich möglichst attraktiv rüberkommen. Mädels und Jungs stehen auf ihn und das ist super. Und der macht auch bestimmt tolle Musik. Die Musik ist aber jetzt auch, letzten Endes könnte ja, haben wir ja gerade gesehen, auch eine künstliche Intelligenz könnte diese Musik ja erstellen. Aber er möchte eigentlich eher gefallen. So ein bisschen rau soll es schon sein. Eine Tätowierung darf man ruhig mal schon mal haben. Aber ansonsten soll es schon irgendwie auch ein nettes Lächeln sein und er möchte auch gefallen. Wenn man das gleiche Musikstück nimmt und jemand anders gibt, dann ist die Intention eine ganz andere. Also Lady Gaga, ja, okay, mit ihrem Fleischkleid da, könnte die gleiche Musik machen. Also für mich ist die Musik jetzt nicht so dramatisch unterschiedlich. Ich hoffe, ich trete damit niemandem zu nah. Aber das ist schon eher so ein bisschen, die sind vergleichbar, die Musik für mich. Und der Unterschied ist aber, dass wir sie auftreten. Die Intention, die sie eigentlich haben, auffallen um jeden Preis oder gefallen um jeden Preis. Das ist das, was es ausmacht und den Unterschied ausmacht. Wenn man das mal zusammenfasst, all diese Punkte, dann ist der Kern dieses Unterschieds eigentlich die Idee von etwas. Was ist mal eine Idee von etwas? Also, wenn man die Bohrmaschine, ist meine Idee, das Loch zu bohren oder eine Bohrmaschine zu haben? Nein, meine Idee ist, ich will ein Bild aufhängen oder noch weiter weg. Ich will einen Raum dekorieren. Das ist das, was die Idee davon ist. Und wenn man diese Idee nimmt und sich den Idee-Gedanken nochmal anschaut, dann heißt das auch, die Idee kann oder ist die Gestalt von dieser Vision. Das ist das Gestaltgebende, das, was eigentlich meine Idee, meine Gedanken, meine Vision, meine Intention, meinen Purpose eigentlich manifestiert. Das ist das, was die Idee ausmacht. Und einen kleinen Schritt weiter. Die Idee lässt sich gestalten. Das kann man machen. Da hat man die ureigenste Schöpferkraft eigentlich und sagt, gut, da greife ich ein. Die Idee, das kann ich gestalten. Wie die Bohrmaschine hinterher ist, ob die vom Rechnern erdacht wird, beziehungsweise im Detail in der Ergonomie angepasst wird, ob Roboter die hinterher bauen, spielt letztendlich auch gar keine Rolle. Aber die Idee der Bohrmaschine oder die Idee, etwas zu dekorieren, die kann ich gestalten. Das ist da, wo Design eingreifen muss. Das ganze Bild betrachten, nicht nur einen kleinen Teil. Wenn man also das nochmal versucht, gegenüberzustellen, oder beziehungsweise so ein Raster mal einzubauen. Effizienz. Alle Maschinen in dieser Welt werden immer effizienter und auch effizienter sein als der Mensch. Das ist auch nichts Neues. Das war schon im industriellen Zeitalter so. Da kann man einfach nicht mithalten. Es sollte aber auch nicht die Idee sein oder das Ziel eines Menschen sein, schneller zu sein als ein Rechner, mehr sich merken zu können oder sowas. Und Pflichterfüllung. Weil Pflichterfüllung, okay, ich muss das jetzt machen, ich mache es. Es ist doch schön, wenn mir das einer abnimmt. Da ist die künstliche Intelligenz auch zu Hause, da ist sie besser. Das interessiert auch die künstliche Intelligenz nicht, ob sie das nun gerade mag, was sie da macht. Noch nicht. Vielleicht ändert sich das auch noch. Aber das ist etwas, wo sie zu Hause ist. Wunderbar, super. Ich, ehrlich gesagt, kümmere mich doch viel lieber, und das ist das, was wir auch können, um den Effekt. Ich will doch was erzeugen. Ich will doch gar nicht irgendwie die Bohrmaschine am schnellsten zusammenbauen, sondern ich will einfach einen Effekt erzeugen, dass der Raum toll dekoriert ist. Ich brauche ja gar keine Bohrmaschine. Ich nehme nämlich Kleber. Schon habe ich einen Effekt. und ich will dabei auch Spaß haben. Das ist meine Motivation, dass ich das mache. Da ist der Mensch zu Hause mit seiner Idee. Und das, was der Mensch da kreiert und das, was ihn ausmacht, das füttert er in die Intelligenz ein. Das heißt, wenn ich einen Einfall habe, also den tollen Kleber zum Beispiel, dann kann ich den natürlich auch effizient umsetzen lassen, weiter optimieren lassen. Nochmal gucken, ob dir eine künstliche Intelligenz hilft, die Moleküle noch ein bisschen anders zu ordnen oder sowas. Und ich kann mit dem Spaßfaktor vor allem auch Dinge machen, die einfach sinnlos sind. Da ist in der künstlichen Intelligenz gar kein Antrieb, irgendwas Sinnloses zu machen. Ich mache es einmal, aus Spaß mache ich das. Warum fahre ich mit zwei Brettern den Berg runter? Ich muss nicht von A nach B. Ich will aber eine gute Zeit haben. Das kann ich als Mensch machen, das macht mich dann aus. Die Skier, na klar, die dann irgendwie noch besser zu machen, noch effizienter zu machen für den Sport, da helfen dann die Systeme wieder. Das heißt, im Endeffekt haben wir als Mensch mit der Möglichkeit, Design alles in der Hand, um das, was man künstliche Intelligenz erzeugen kann, menschlich zu machen, zu designen, für den Menschen, den Menschen wieder in den Vordergrund zu stellen oder in den Mittelpunkt zumindest zu stellen. Wie macht man das? Gut, das ist jetzt wahrscheinlich etwas, was auch schon alle kennen. Design Thinking, haben wahrscheinlich alle schon gehört, oder? Na, okay. Design Thinking, ich würde mal sagen, sollte bekannt sein, ich erkläre es trotzdem ganz kurz. Design Thinking ist im Prinzip eine Art, eine Methodik, die sozusagen da einen, ich will nicht sofort gerade sagen, einen linearen Prozess, eine Methodik, die im Prinzip eine Art Guideline sein kann, wie man Ideen entwickelt, wie man Innovationen entwickelt. Und Design Thinking, das wollen halt auch gerade, also im professionalen Bereich, die sagen, die Industrie, jeder schreit danach, alle wollen das, weil alle denken, oh, das ist ja mal ganz was Neues. Und ich sage, das ist Babykram. Design Thinking ist Babykram. Nicht, weil es so einfach ist, sondern weil es so natürlich ist. Denn, wie funktioniert Design Thinking? Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt kurz eine einminütige Langweilervorführung habe, falls ihr es schon kennt. Ich erkläre es trotzdem kurz, für die, die es noch nicht so gehört haben. Wie entwickelt man etwas Neues? Wie kriegt man das insgesamt hin? So wie es ein Baby, ein Kind auch macht. Ich schaue mir erst mal die Situation, in der ich bin, an. Ich identifiziere erst mal was. Oh, da steht so ein Schaukelpferd. Das scheint sich irgendwie so zu bewegen. Aha, da ist irgendwie so ein Sitztraum. Gut, gucken wir uns das mal an. Und dann probiere ich das mal am besten mal selber aus. Ich setze mich mal drauf. Wie fühlt sich das eigentlich an? Na ja, so und so macht man das. Aha, hier halte ich mich am besten fest. Oh, ja, runtergefallen. Na ja, vielleicht muss ich mich andersrum hinsetzen. Das macht man im Design Thinking genauso. Man analysiert erst mal, worum geht es überhaupt nicht? Was ist das Thema? Probiert es aus, macht ein Research, um dann Ideen daraus zu generieren. Wie kann ich damit umgehen? Wie gestalte ich das vielleicht auch? Wie kann ich damit anders umgehen? Was kann ich vielleicht auch verbessern? Ich mag das nicht so gerne verbessern, das ist nicht so innovativ, aber gibt es natürlich auch. Wenn ich das habe, dann kann ich auch Konzepte entwickeln. Unterschiedlich, also Schaukelpferd mit großem Kopf, mit kleinen Kopf, mit Sitz, mit Doppelsitz, mit was weiß ich was. Und am Ende wird es natürlich auch geliefert, wird hergestellt und dann hat man das. Also die Denkweise ist eigentlich sonnenklar. Zurück zur künstlichen Intelligenz und den Arts & Culture. Der vordere Bereich, identifizieren, explorieren, ist Daten sammeln. Daten sammeln und vielleicht clustern. Das ist etwas, wo eine künstliche Intelligenz ganz viel machen kann, auch schneller machen kann. Also der Orbit da, der die Marktdaten sammelt, der ist besser und schneller als jedes, keine Ahnung, hundertköpfige Marketing-Team. Das schaffen die nicht. Das schafft die Maschine aber alleine. Super stark ist die künstliche Intelligenz da, im Analysieren. Und hinten raus, also das sozusagen, das Fertigkreieren, Optimieren und dann Deliveren, ist nichts Neues. Gut, Roboterstraßen gibt es schon seit, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten. Da sind die auch schneller und besser. Dann könnte man ja sagen, alles klar, das Entscheidende ist in der Mitte die Idee, das hatten wir ja gerade. Und das ist das, was den Menschen auch ausmacht. Und da würde ich sogar so weit gehen, was den Designer besonders ausmacht, ist die Empathie. Die Empathie für den Menschen. Sich reinzufühlen in das, wie es Menschen geht bei der ganzen Aktion. Fühlen sie sich gut, schlecht oder wollen sie sich überhaupt nach irgendwas fühlen? Sich in die Rolle reinversetzen. Und daraus kann man dann im Prinzip auch die Idee ableiten. Jetzt glauben manche, wer sich nicht mit Design beschäftigt, eine Idee, klar. Das ist ja wie ein Einfall. Ich dusche da morgens. Und dann denke ich mir, ach, ich könnte ja irgendwie mal eine Luftmatratze aufpusten irgendwo. Das sage ich den anderen, das sollen die machen. Und schwuppdiwupp habe ich Airbnb. Irgendwie ist mir das nun mal eingefallen. Das ist mitnichten so, weil die Idee ist nicht der Einfall. Das ist eine harte Arbeit. Das hat natürlich auch was dazu zu tun, dass ich die Situation erst mal verstehe. Wenn Sie einen Einfall unter der Dusche haben, kann ich Ihnen garantieren, dass Sie mit dem Thema schon ganz lange schwanger sind oder schon länger drüber nachdenken. Und dann brauchen Sie es nicht mehr zu identifizieren und zu explorieren, weil Sie sind selbst Teil der Situation. Als Professional wird es aber sein, dann kommt jemand zu Ihnen und sagt Ihnen, mach mir mal dies und das und kriegen ein Briefing und davon haben Sie 50% der Worte noch nie gehört. Dann müssen Sie das auch tun, weil Sie es nicht selbst kennen. Und Sie müssen empathisch sein für die Leute, auch für Leute, die Sie vielleicht gar nicht mögen. Und Sie sagen, oh, was ist denn das für ein Thema? Aber das ist die Profession, zu sagen, okay, ich versetze mich in die Situation und mach da was Gutes draus. Das ist das, was im Prinzip das Gesamte ausmacht. Und das macht man auch nicht alleine. Also ganz selten. Es gibt natürlich ein paar geniale Menschen, die sagen, mal eine Idee oder sowas. Normalerweise macht man das zusammen, tauscht sich aus im Team, nicht nur im Team, sondern auch im gemischten Team. Das eben alles zusammenarbeiten. Es bringt ja nichts, wenn der Ingenieur oder Informatiker sich eine tolle Technologie ausdenkt und dann aber derjenige, der das Ganze hinterher benutzt, gar nichts anzufangen weiß. Das muss natürlich zusammenkommen. Das macht man im Team. Und da können dann zum Beispiel so Sachen entstehen, wie dieses, Tackle nennt sich das, das ist eine App, die ist in den USA einigermaßen verbreitet. Ich glaube in San Francisco, Los Angeles wahrscheinlich. Weiß nicht genau. Die transportiert eigentlich den Produktgedanken in einen Service. Was haben die Leute gemacht? Die haben sich nämlich überlegt, wir gucken uns mal die Situation zu Hause an. Also, Heimwerker arbeiten. Am Wochenende, was passiert da? Oh ja, hier, Papa muss da eine Leiter hoch und soll da mal endlich mal die Lampe da richtig anschrauben und mal streichen. Das haben sie sich angeguckt. Was braucht er dafür? Ja, der muss sich eine Leiter kaufen, der braucht eine Rolle, einen Eimer. Oder vielleicht hat er auch richtig Bock auf Tools. Dann kauft er sich ein Sprühgerät und was nicht alles. Macht und tut und kommt wahrscheinlich nicht dazu. Also nur weil ein Mann sagt, ich mache das, heißt das nicht, dass man ihn alle halben Jahre daran erinnern muss. Also das ist das, was sie da erkennen und dann kann man sagen, gut, eigentlich wollen die Leute doch nicht eine Leiter kaufen, die wollen auch nicht Farbe kaufen oder eine Rolle kaufen, sondern die wollen, dass der Raum endlich gemacht wird. Und darum haben die eine App entwickelt, die im Prinzip einen Service hat. Alle Leute, die in dem Feld eigentlich so im Raum San Francisco sind und irgendwas anzubieten haben, egal ob es Rasenmähen ist, irgendwie einen Tisch basteln, eine Lampe sozusagen reparieren oder Post abholen, Pakete zu holen, sind alle in dieser App drin und man braucht die eigentlich nur anzuklicken und dann sieht man, alles klar, ich brauche Rasenmähen und dann sieht man eben ein paar Leute, die das für einen machen und die kommen auch sofort. Das hat also eine Karenzzeit von einem Tag und dann sind die Leute da. Das ist nicht für jedermann, das ist klar, aber letzten Endes das Gute dabei ist, dass ich sage, okay, ich fülle das mit Sinn, ich schaue mir an, wie die Situationen sind und kann auch vom Produkt, von dem Hardware loskommen. Also wenn ich mir irgendwie ein teures Werkzeug kaufe, liegt das ja wahrscheinlich eh die ganze Zeit im Keller rum. Nur mal als kleines Beispiel. Gut. Nochmal zurück zu dem Thema Datenanalyse und was macht man daraus? Denn ein entscheidender Punkt ist, den ich auch immer wieder sehe, auch gerade wenn wir mit Kunden zu tun haben, die auch schon viele Daten haben. Die sagen, okay, wir haben ja schon unsere Daten alle wunderbar analysiert. Wir wissen ja schon, was es ist. Gern genommen Marktdaten. Wir kennen den Markt. Wir wissen genau, was da passiert. Also, schauen wir uns das an. Wir wissen jetzt, was die Leute am meisten wollen. Das, was sie am meisten wollen, das setzen wir jetzt um. Und schon hat man Echo Chamber. Ich sehe sowieso nur noch das, was ich will. Gar keine Alternativen mehr. Gar nichts mehr. Ich sehe nur das, was ich will. Also, Sie kennen das alle. Ich habe bei Amazon eine Waschmaschine bestellt. Auf einmal kriege ich Waschmaschinenwerbung. Klar, das ist jetzt ein ganz simpler Fall. Aber letzten Endes ist die Denke oft mit Daten sehe ich mir an, was die Leute wollen und das gebe ich denen. Es geht aber nicht darum, was die Leute wollen, sondern es geht darum, was die Leute brauchen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, die Daten, klar, muss man vernünftig analysieren. Und dann empathisch zu sein und sich anzuschauen, Job to be done, ist das so ein geschützter Begriff mittlerweile, glaube ich sogar. Was wollen die Leute eigentlich erzeugen? Und dann kann ich mir das anschauen und daraus Ideen generieren, die unterschiedlich sind, die von einem anderen Blickwinkel kommen, wo ich vielleicht gar kein Produkt mehr habe. Also der Herr vorhin da, der wollte auf der Leiter die Decke streichen. Der will keine Leiter kaufen, der will keine Rolle kaufen, der will, dass die Decke sauber aussieht. Das ist der Job to be done. Oben, was wollen die Leute? Ja, eine längere Leiter, eine stabilere und eine Rolle, die weniger tropft. Will der das? Glaube ich nicht. Der will eine tolle Wand haben oder ein sauberes Zuhause oder was weiß ich was. Und darum heißt es, Alternativen bilden. Was ist eine Alternative zu dem, was die Daten hergeben? Und das ist das, was der Mensch auch machen kann. Also, um das alles zu, was muss ich machen, um so eine Idee zu generieren? Ich gebe Ihnen einfach noch mal so ein bisschen was mit, was wir so auch anwenden. Also, um eine gute Idee zu generieren, wenn wir das alles zusammenfassen, bilden Sie keine Varianten. Bilden Sie Alternativen. Andere Angehensweisen. Schauen Sie sich das ganze Bild an. User Journey Map. Wahrscheinlich allen bekannt. Ist so ein Tool, was man dafür benutzen kann. Ist auch ein Analyse-Tool, dient aber auch der Ideenfindung. Auf dem gesamten Anwendungs-Journey eines Menschen kann man viele kleine Aspekte finden. Manchmal ist es gar nicht die Tätigkeit selber, sondern die Vorbereitung. Also bleiben wir mal kurz beim Wand anstreichen. Wenn Sie die Wand anstreichen wollen, ist das vielleicht die halbe Ladung. Aber hinterher alles sauber machen. Oder vorher einkaufen. Das können Sie da rausfinden. Kollaborieren Sie. Kollaborieren Sie mit allen Leuten, die da drin sind. Sie setzen sich nicht hin und sagen, ach, die Leute vom Sales. Oder jetzt kommen die Informatiker wieder und sagen mir, das geht alles nicht. Die müssen dabei sein. Sie müssen die Empathie für auch diese Leute immer mitbringen. Das ist ganz wichtig. Es gibt so eine Designer-Arroganz. Wir wissen das. Ich weiß das. Ich kann das auch schön machen. Das brauche ich heute nicht für. Das ist Quatsch. Das ist falsch. Es ist nur richtig, wenn man sagt, als Designer kann ich die zusammenbringen. Ich kann empathisch mit den Stakeholdern umgehen. Also Co-Creation-Workshops machen. Bauen Sie auf Ideen anderer auf. Auch so eine manchmal gern gesehene Designer-Neigung. Mensch, da wäre auch eine tolle Idee. Bei der bleibe ich jetzt. Die verteidige ich. Damit gehe ich jetzt durch. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Super. Nein. Stellen Sie Ihre Idee zur Verfügung. Lassen Sie andere etwas dazu tun. Nehmen Sie die Ideen von anderen und bauen Sie sie weiter. Machen Sie einen Teamgedanken daraus. So kann etwas Neues entstehen. Nicht die puren Daten nehmen und einfach sagen, das ist es jetzt. Sondern die puren Daten nehmen, das ist unser Anfang und jetzt baue ich da drauf auf. Gemeinsam. Und dann, ja, unterschiedliche Perspektiven spielt das sowieso eine Rolle. Gibt es auch eine Methodik zu Six Thinking Heads. Kann man da anwenden. Also wer sich dafür interessiert, kann ja mal nachgucken und wir können nachher nochmal drüber sprechen. Aber das sind so Sachen, die wir auch anwenden. Gut. Das ist einmal so. So kann ich vielleicht dann auch eine gute Idee kreieren. Jetzt ist ja die Frage, ja, ist ja alles schön. Aber wie kriege ich denn jetzt auch eine gute Idee? Wie arbeite ich denn jetzt daran? Ja, das ist also über den Teil der Analyse gibt es Bücher en masse und Videos und sonst was. Aber wie komme ich jetzt auf eine gute Idee? Und das funktioniert am besten damit, dass sie ihr Gehirn und alles, was sie so machen, einmal schön quälen. Also, wir tun mal so, wir haben die Aufgabe, es ist irgendwie Kopfschmerzmittel. Die Dame hier, die hat Kopfschmerzen. Das ist ein Tool, das wir anwenden. Das nennt sich Empathy Cards. Das muss ich vielleicht vorweg schicken. Eine Empathy Card ist tatsächlich eine ausgedruckte Postkarte. Auf der einen Seite ist ein Bild und auf der anderen Seite ist es auch ein Bild. Wir gucken auf die Vorderseite. Unser Thema ist mal Kopfschmerztablette. Da könnten Sie jetzt die Idee sagen, die will wahrscheinlich, dass das auch sofort wirkt, weil da geht es echt nicht gut. Also ein Glas Wasser und dann nehmen wir mal eine Tablette, die sich auflöst, die schmeckt auch ganz gut und dann kann sie das trinken und super. Und das ist auch eine tolle Idee. So, jetzt quälen Sie Ihr Gehirn nochmal und sagen, alles klar. Die gleiche Idee muss für den Kollegen jetzt funktionieren. Der ist in irgendeinem Kriegsgebiet, keine Ahnung, also hat mit einem überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Die gleiche Idee nochmal nehmen. Okay. Ah je, okay, der hat keine Hand frei, der hat auch keine Zeit und vor allem hat er kein Glas Wasser. Muss aber genauso schnell funktionieren. Vielleicht braucht der irgendeinen Rage E, den er mit einer Hand in den Mund rücken kann. Und schon haben Sie eine Alternative gebildet und nicht eine Variante. Also nicht die größere oder die Tablette, die sich schneller, noch schneller auflöst und noch schneller auflöst, sondern im Prinzip eine Alternative gebildet. Und das hilft Ihnen aus unterschiedlichsten, manchmal auch völlig unsinnigen Situationen herauszugehen. Nicht um damit die Lösung zu finden, aber um Alternativen zu bilden und Alternativen zu finden, mit denen Sie dann später umgehen können. Ein Tool, was ich persönlich super finde, das kennen Sie vielleicht auch von IDEO, ist das entwickelt worden, Service Flip nennt sich das. Die Idee ist auch dabei, wieder etwas zu ignorieren, was man glaubt, dass es das Richtige ist. Wir nehmen als Beispiel Waschmaschine. Waschmaschinenhersteller oder so, der sagt, oh, jetzt braucht man die tolle Waschmaschine, klasse, ans Internet angebunden mit einer App und Bestellservice und all sowas, ganz toll. Und das Tool sagt Ihnen das Gleiche, was Sie mit der Waschmaschine machen. Was, wie kriegen Sie das hin, ohne die Waschmaschine herzustellen? Also, könnte sein, das ist ein einfaches Beispiel, natürlich, könnte Waschsalon sein. Oder ein Service, der sozusagen Ihre Wäsche abholt, reinigt und wieder zurückbringt. Dafür brauchen Sie als Hersteller keine Waschmaschine herzustellen. So, sowas wie Uber. Uber hat keine Fahrzeuge, keine Fahrer, nichts, die haben auch keinen ausgebildeten, niemanden, nichts. Es ist einfach ein reiner Service, der auf etwas zugreift, was da ist. Waschmaschinen, die haben kein Auto hergestellt, ich würde sogar mal behaupten, die wissen noch gar nicht, wie das geht. Ist auch unwichtig. Und das kann man mit so einem Tool machen. Nicht, dass jetzt Firma Bosch sagt, ja, ist ja super, dass sie uns vorschlagen, keine Waschmaschinen mehr herzustellen. Aber es hilft, eine Situation zu verstehen, Ideen zu generieren und sie von anderen Seiten zu betrachten. Warum soll ich das eigentlich alles machen? Weil ein Produkt ein Service ist und weil es am Ende darauf ankommt, wie das Erlebnis damit ist. Also die neue Waschmaschine, wenn die doch so toll und effizient waschen kann, wird es irgendwann mal eine geben, die noch effizienter ist. Aber wie erlebe ich das Waschen zum Beispiel? Ist das überhaupt ein Erlebnis für mich oder ist das ein Erlebnis, was ich gar nicht haben will? Muss ich sozusagen, muss meine Aufgabe sein, das zu eliminieren? Es geht überhaupt nicht mehr um Waschen. Es geht um das Hemd, was gar nicht dreckig wird. Das ist doch darum. Darum mache ich doch diese ganze Übung. Nicht, weil eine künstliche Intelligenz herausgefunden hat, ja, die Waschmaschine muss jetzt fünf Liter mehr fassen können. Schön ist auch gut, gar keine Frage, es muss auch sowas geben. Aber wenn Sie disruptiv unterwegs sein wollen und das Menschliche bewahren wollen und mehr machen wollen als reine Datenanalyse oder Dateninterpretation, dann müssen Sie hier reingehen und Ihr Gehirn ein bisschen quälen. Also, warum mache ich das Ganze? Weil das Warum, das steckt in dem gesamten Lifecycle drin. Das Warum steckt auch in unterschiedlichen Stakeholdern und das kann auch manchmal außerhalb des Feldes liegen. Also zum Beispiel, Sie entwickeln eine Website oder eine App. Es gibt auch ganz oft oder fast immer eigentlich eine physische Evidenz, wie nennt es sie auf Deutsch, also ein physisches Element, was damit reinspielt. Also, wenn Sie einen Flug buchen, ist das ein Service. Am Ende fliegt aber der Stuhl mit Ihnen dann doch noch irgendwo durch die Gegend. Sie sitzen da ja drauf. Das passiert trotzdem. Und selbst wenn Sie nur eine App benutzen, halten Sie immer noch, im Moment zumindest, noch ein Telefon in der Hand oder irgendwas. Es gibt immer eine Verbindung zur physischen Welt. Das heißt, es wäre fatal zu sagen, beim App entwickeln, sich nicht die physische Welt anzugucken, weil, wo benutze ich diese App? Ich sitze gerade im Restaurant, bin ich im Park oder bin ich unter der Dusche? Das ist die physische Evidenz, die auch immer da ist. Das muss mit betrachtet werden. Und manchmal, das finde ich eigentlich noch am spannendsten, ist das Warum gar nicht bekannt, sondern das Warum kann kreiert werden. Sie können was völlig Neues machen. Und da ist der allergrößte Unterschied. Es gibt gar keine Daten, die dazu gesammelt werden können. Das gibt es nämlich noch gar nicht. Das ist das Warum und das, wo man sich auf die Suche begeben soll. Ich versuche mal zwei Beispiele zu geben von dem, was wir bei Indeed gemacht haben. Es sind allerdings im Moment auch noch Konzepte, muss ich dazu sagen, fairerweise. Aber um so ein bisschen zu zeigen, wie man mit Themen auch umgehen kann. Es geht ja darum, in diesem Fall geht es darum, es gibt leider Gottes auch chronisch kranke Kinder, die müssen permanent Medikamente zu sich nehmen. Das ist für keinen schön, weder für die Eltern noch für die Kinder natürlich, aber es ist nun mal leider eine Notwendigkeit. So, wie gehen Kinder damit um? Kinder brauchen letzten Endes jemanden, der ihnen sagt, hast du denn auch schon deine Medikamente genommen? Hast du sie richtig genommen? Da müssen die Eltern vielleicht darauf aufpassen. Die Eltern müssen selbst darauf achten, okay, hat das Kind das auch wirklich gemacht? Und das Allersimpelste wäre natürlich zu sagen, okay, da gibt es einfach eine App, die bimmelt dann und dann nimmt das Kind das schon. Wir haben gesagt, das kann aber nicht sein. Es ist wichtig zu sehen, dass das Kind auch selbst eigenverantwortlich damit umgehen kann, weil es wird etwas sein, was das Kind leider Gottes das Leben lang begleitet. Und das kann man mit Gamification erzeugen. Das heißt, in diesem Fall ist es so, dass das Kind selbstständig die Medikamente nimmt. Wenn wir hier zum Beispiel Pilli nennt sich das Ganze, also hier sind die Pillis drin und immer wenn eine Pille entnommen wird zur Zeit, also wenn die App sozusagen erinnert, das Kind bitte nimm mal deinen Pilli, dann nimmt das Kind das Pilli, da wird dieser Sensor hier im Prinzip gebrochen und die App weiß, dass das Medikament eingenommen wird. Warum soll das Kind das denn machen? Naja, weil es eben den Freund Pilli hat und mit Pilli sozusagen, auch Pilli wird so ein Kumpel, mit dem man auch wächst. Also je besser man sich an die Zeiten hält und wenn man es immer ordentlich macht, dann kann man für Pilli ein neues Hemd kaufen oder dafür eintauschen, eine neue Mütze und kann sich vielleicht auch noch Pilli-Freunde dazu holen, was ich wie sage, Eggy, Mango, was weiß ich, wie sie alle heißen, kann man sozusagen eine Welt aufbauen. Das heißt, es wird Teil dieses Ganzen und dem nicht genug, sondern es gibt ja auch noch andere Kinder auf dieser Welt und die können sich eine neue Welt damit aufbauen. Und schon, es geht ja nicht darum zu sagen, das beste Medikament zu entwickeln, sondern es geht erstmal darum, das möglichst angenehm fürs Kind zu machen oder vielleicht sogar so zu machen, dass es auch Spaß bringen kann, sich um diese nicht schönen Medikamente sozusagen zu kümmern, eine Regelmäßigkeit reinzubringen und damit spielerisch umzugehen. Gamification. Zweites Beispiel. Musik. Also man könnte ja sagen, Musik über Kopfhörer, tolle Sache. Wir könnten auch da wieder Daten analysieren und einen ganz tollen Kopfhörer machen. Ich würde aber mal dazu raten, wie gesagt, wenn man die Möglichkeit im Professional Life auch hat, dann immer auch disruptiv zu denken und sagen, okay, worum geht es denn eigentlich wirklich? Es geht nicht um den Kopfhörer, sondern es geht um das Musikerlebnis. Und das Musikerlebnis heißt nicht, dass ich es nur höre, sondern dass ich es tatsächlich erlebe. So wie diese Dame hier, die ist vielleicht im Park irgendwo unterwegs und hört gerade an dieser Stelle ein Musikstück, was super passt. Also in diese Situation, ach, das fühlt sich ja super an, hier, toll. Mit diesem Kopfhörer hat sie jetzt die Möglichkeit, den Song, den sie hört, über eine Geste sozusagen abzustreifen vom Kopfhörer und im Geotech zu setzen. Das heißt also, zu diesem Zeitpunkt im Park, keine Ahnung, Hamburg, Planten und Blomen, habe ich gesessen, Sonne scheint, ich habe diesen Song gehört, den streife ich ab, dann wird hier in Geotech gelegt und dann gehe ich eben weiter. Jemand, der auch diesen Kopfhörer hat oder eben verbunden über ein anderes Smart Device, muss ja nicht im Kopfhörer eingebaut sein, das kann ja auch im Smartphone sein, kommt da vorbei und sagt, ach guck mal, hier hat jemand was abgelegt, das höre ich mir einfach mal spaßeshalber mal an und hat dann dasselbe oder kann ein ähnliches Ergebnis haben, was sogar so weit dazu führen kann, dass man sagen kann, okay, ich folge mal dieser Person, ich bin Fan von dieser Person, weil ich war da in London und da waren an jeder Stelle so super Songs, die haben immer so toll gepasst, das hat einfach ideal gepasst mit der Uhrzeit auch, dieser Person folge ich. Das heißt, man kann auch selbst wieder damit das eigene Erlebnis nochmal steigern und sagen, ich habe auch Bock drauf, die Musik mit anderen zu teilen und zwar so, wie ich sie erlebt habe. Also es geht darum, das Erlebnis zu gestalten. Das sind die Dinge, mit denen wir uns da beschäftigen. Schließen wir den Kreis mal. Also wir sagen, Deep Computing, super wichtig, Datenanalyse haben wir ja gesagt und in der Ausführung auch ganz wichtig, da funktioniert das super, ganz klar, die Idee ist das, was eigentlich den Menschen ausmacht. Jetzt nehmen wir und ich auch im Besonderen aber wahr, dass sowohl im Design als auch in der Wirtschaft die Daten sehr stark, ich will nicht sagen überhand nehmen, aber immens wichtig werden. Das heißt also, es wird am vorderen Ende ein Research gemacht. Oh, wir fliegen von Hongkong nach Paris und dann nach Quebec. Keine Ahnung. Analysieren da alles, sind Monate unterwegs, sammeln Daten ohne Ende, analysieren unsere Marktdaten. Da wird Geld reingesteckt, immens viel Geld und man weiß auch schon, das was da hinten rauskommt, das wird uns auch noch mal viel Geld kosten. Gerade wenn es Hardware ist, so eine Entwicklung ist immens teuer. Da wird die Idee ziemlich zusammengeschoben. Es kann also sein, dass Sie sagen, ja, wir waren jetzt vier Monate unterwegs, jetzt machen wir mal einen Eintagesworkshop mit zwei Leuten und dann haben Sie, Sie sind doch Designer, Sie haben ja mal eine tolle Idee jetzt, Sie haben noch einen Einfall. Das kann ja eigentlich so nicht funktionieren. Jetzt könnte man sagen, alles klar, die Idee braucht mehr Platz. Art and Culture, super wichtig, haben wir jetzt, so sehe ich es zumindest, ist total wichtig, braucht mehr Platz. Ich sage aber, abschließend, ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt verballert habe, aber abschließend, so funktioniert es auch nicht. Es ist nicht Deep Computing versus Art and Culture, sondern es ist beides zusammen, miteinander verknüpft. Lassen Sie doch die Daten nicht allein in dem Computer, überlassen Sie die nicht. Das ist super, wenn die da helfen und die Daten sammeln und interpretieren. Das ist ein immenser Schatz. Mit dem kann man anders umgehen, Teil dabei. Die Idee zu haben, das Ganze zusammenzufassen und dann hinterher in der Ausführung auch noch begleiten, dass es am Ende für den Menschen ist. Dadurch werden sie, oder dadurch ist der Mensch stark und das ist das, was den Menschen ausmacht. Nicht vorne die Daten sammeln, das können die Computer besser. Nicht hinten zusammenbauen, das können die Roboter besser. Aber das Ganze, warum ich das eigentlich alles mache, das ist das, was den Menschen ausmacht und das ist das, was die Wichtigkeit des Menschen im Computational Age tatsächlich auch ausmacht. Das ist das, wo ich jetzt mal sagen würde, das Design etwas, in die Zukunft schauen, etwas designieren. Das ist das, wo Design am allerstärksten ist. Und damit schaffen sie es auch, aus den Menschen mehr zu machen. Danke. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Eine Frage. Andere Regenungen? Sie haben jetzt die, wie ich gesagt habe, die Einzigartigkeit der Menschlichkeit zusammengefasst mit Menschen, die in den Hand von der Gesellschafts- und Motivation und Diktation der Daten. Denken Sie, dass erstens Computer oder Maschinen das niemals können werden? Und zweitens, wenn sie das können sollten, werden, wird beispielsweise ihr Job überflüssig oder sollten Maschinen einfach auch als Menschen angesehen werden? Also natürlich eine philosophische Frage, kann ich jetzt auch nur meine Meinung zu äußern, natürlich. Also ich glaube, dass, auf jeden Fall wird daran geforscht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist diese Motivation, der Wille. Klar, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal möglich sein wird, wird, also einer künstlichen Intelligenz einem das Wollen beizubringen, ich will besser sein als der andere oder ich möchte ganz gerne dem anderen gefallen, zwei Chatbots unterhalten sich, ich möchte den anderen überzeugen, dass ich echt ein toller Chatbot bin. Vielleicht passiert das, kann sein. Ich bin da, was das angeht, mega beruhigt, weil wenn das passieren sollte, dann ist die künstliche Intelligenz schon wieder menschlich und dann will sie uns und sich selbst auch nichts Böses mehr. Dann wird es Böse und Gute geben, dann ist das schon ziemlich menschlich und dann, glaube ich, ist das schon machbar. Aber das ist eine sehr philosophische Frage. Wenn ich die Antwort wüsste, hätte ich wahrscheinlich ein ziemlich teures Buch schreiben können, aber so sehe ich das. Einigermaßen okay. Ansonsten, die Antwort ist 42, aber es ist da, also ich denke schon, da wird daran geforscht, das ist klar, Kreativität, also ich sage mal, es ist gar nicht so lange her, da hätte man gesagt, ein Computer kann kein Bild malen, also kein künstlerisch wertvolles Bild. Da habe ich, also wie ich das verstanden habe, vor allem in dem Beispiel, ist es doch nur, dass der Computer Muster analysiert, das können ja neuronale Netze sehr gut, also ich erkenne Muster im Prinzip und kann dann beispielsweise erkennen, wo etwas im Bild sich befindet und was sich befindet und kann das dann in irgendeiner Weise reflektieren, also kann Rauschen, das Muster einbringen, kann das auch reflektieren. das ist doch, aber ist das dann, ist das dann wirklich Kreativität? Oder wir sagen, das ist Kreativ, aber im Endeffekt, extrapoliert wie nur ein erkanntes Muster. Ah, exakt, das macht der Mensch auch. Also kreativ ist ja nicht gleich, sage ich mal, innovativ. Kreativ heißt, ich kreiere aus etwas Bestehendes etwas Neues, macht der Mensch auch. Also keine Ahnung, wenn jetzt jemand ein Musikstück schreibt, hat er sich vielleicht auch Dinge angehört, also die finden auch gut, also ich, keine Ahnung, ich finde das Biber gut, mache in dem Stil was und mache ein bisschen was anderes, anstelle von seinem Piano, nehme ich eine Gitarre dazu, also ich treibe es weiter. Was ich aber sage ist, wenn ich das anders betrachte und sage, über die Intention komme, ist es vielleicht gar nicht mehr das Musikstück, sondern etwas anderes. Zu sagen, okay, das Musikstück kann das gleiche bleiben, aber wie ich auftrete, ist anders. Also ich ziehe Justin Bieber jetzt auch so ein Fleischkleid an. Das ist etwas völlig anderes. Das ist das, worum es geht. Ansonsten, wenn man es ganz genau nimmt, ist all das, was Kreativität ist, letzten Endes auch ein Algorithmus. Also ich baue eben aus, Bestehen, nehme etwas zusammen, verändere vielleicht an der einen Stelle was, probiere das aus, das passiert schon. Aber es führt eben nur, es ist letzten Endes schon ein Stück weit linear. Sich davon zu trennen, zurückzutreten, um diese Gesamtheit zu betrachten, das ist noch nicht möglich. Kann natürlich sein, dass es in Zukunft auch möglich ist, logisch. Aber das ist ja Stand heute. Und wenn man sich künstliche Gens anguckt, dann ist das klar. Man weiß nicht, was in den Forschungslabors so los ist, aber letzten Endes ist das noch alles sehr, sehr rudimentär. Und das heißt, dieses Bildmalen ist noch eine relativ einfache Übung, sage ich mal. Wo kommen die Daten denn her? Und ist nicht ein Problem, weil du hast viel über Menschlichkeit so gehört, dass man Menschen quasi zu reinen Datensätzen die qualifizieren. Ja, das ist natürlich, hier ist das ein Problem. Genau das ist das Ding. Und deshalb auch die Empathie. Das ist ja das Wichtige. Wenn du sagst, du nimmst die Daten und findest damit heraus, was die Leute am meisten wollen. Die klicken am meisten auf diese eine Website und dann schaue ich mir das an. Und generiere Derivate davon, Varianten davon. Biete aber keine Alternative, weil ich muss ja immer verstehen, warum sind die denn auf dieser Website? Das ist ja das. Also Daten, vielleicht ein Beispiel von Walmart. Das ist ewig alt. Bier und Windel. Kennt das jemand? Okay. Also die haben irgendwann mal festgestellt, ich glaube, 20, 25 Jahre her oder sowas, auf den Kassenbons, reine Daten. Die Leute kaufen irgendwie immer ganz viel Bier und Windeln, also Windeln und Bier. Da hätte man jetzt sagen können, okay, wir müssen mehr Bier und mehr Windeln reinhauen, reine Daten. Bis sich jemand mal Gedanken gemacht hat und das mal analysiert hat und wie gesagt, sag nicht ich, sondern es haben die herausgefunden, das sind die frustrierten Väter, die losgeschickt wurden, Windeln zu kaufen und zur Belohnung kaufen die sich noch ein Sixpack dazu. Das heißt, die haben dann gesagt, neben den Windeln steht das Sixpack. Wom! Die Preise sind jetzt natürlich explodiert, der Abverkauf. Das ist das, wo man sagt, ja klar, das sind nicht nur die reinen Daten, das ist auch eine Interpretation. Ist jetzt weniger dieser Kreativgedanke, aber das ist genau der Punkt. Wenn wir als Menschen selbst zulassen und sagen, okay, wir sind reine Datengeber und fangen mit den Daten nichts an, außer den jenen ja weiterzuführen, dann ist es halt, ich glaube, ist das in Wall-E oder so, in der Film, wo halt die ganzen aufgeschwemmten Leute dann mit ihren Dingern da durch die Gegend fliegen, ich konsumiere nur noch. Ja, gut, okay. Wird sicherlich den einen oder anderen geben, dem das passieren wird, aber das sollte, würde ich mal sagen, eine der wichtigen Aufgaben von Design sein, das nicht aufzuhalten, aber vernünftig zu lenken, Teil davon zu sein. Das ist auch schon immer so gewesen. Wenn Sie es einfach passieren lassen, dann sollten Sie sowieso auch nicht Designer werden, sondern es ist einfach, das ist das, was es eben tatsächlich ausmacht, aus meiner Sicht heraus, wo Sie was gestalten, mitgestalten können, verändern können, weil Sie darüber nachdenken, was die Grundidee ist und nicht, was die reine Datei ist oder die reinen Daten sind, die natürlich Grundstock dafür sind, ja, gar keine Frage. Also, verstehen Sie mich nicht, Miss, Technologie, super, ich liebe Künstliche Intelligenz, das ist eine tolle Sache. Man muss nur damit auch was anfangen. Das ist jetzt so ein Grund, wo ich noch so ein bisschen das Denken abwende, also gerade jetzt auch, ich denke, es ist ganz gut, dass man zum Beispiel mit den Kindern mit dem Film, dass man den Film anlässtet, eben, ja, das irgendwie daran zu denken, eben durch so eine klinische Willkunft oder Umsetzung, aber das ist wirklich so, das, also ich finde es voll schwierig, weil ich mir das Gefühl habe, dass man dadurch so ein bisschen abspringt und nicht mehr auch so zum Beispiel den Wichtigkeiten von Tabletten, dass man da, also ich finde es ganz den größten Wert einfach. Ja, ist klar, ja, das ist natürlich, also es ist auch ein Beispiel, wie man damit umgehen kann, ich sage auch nicht, dass das, wie gesagt, das ist ein Konzept, ich kann jetzt auch nicht sagen, wir haben keine Studien darüber, ob das jetzt wunderbar funktioniert. Der Gedanke dabei ist aber, anders damit umzugehen, aus etwas vermeintlich Negativen, aus der Pflichterfüllung, den Spaß zu machen, ja, aus der reinen Effizienz einen Effekt zu erzeugen. Das ist eigentlich das, worum es dabei geht. Das ist ein Weg und natürlich muss man immer bedenken, dass das alles auch eine Wertigkeit hat, aber mir geht es eigentlich darum zu sagen, wir sollten niemals vergessen, dass wir darüber nachdenken sollten. Also es wird ganz oft, es passiert ganz oft im Professional Life auch, da kommt ein Briefing rein, da steht dann drin, wir haben Wissen schon alles, jetzt machen Sie mal hier die Website schön oder machen Sie mal die Bohrmaschine toll und dann wird das einfach gemacht und keiner denkt darüber mehr nach. Aber ich sage, man muss sich die Zeit nehmen, das muss ja kein Jahr sein, aber man muss sich mal eine Stunde hinsetzen und mal sagen, okay, ich durchdringe das mal und da steht zwar nicht im Briefing drin, aber ich schlage jetzt trotzdem mal was vor. Nur so können Sie doch was erzeugen, sonst sind Sie Erfüllungsgehilfe und ich sage Ihnen, das werden andere besser machen. Ich habe gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie sich mit CAD-Programmen auskennen, Autocad, die haben jetzt gerade etwas rausgebracht, das nennt sich DreamLens. Das ist im Prinzip ein Unterstützungstool, das kann über statische Punkte sozusagen etwas erzeugen. Also das muss ich klassisch erklären. Also ein Fernseher und am Fernseher ist ein Fuß. Das heißt, der Fernseher drückt nach oben, nach unten und der Tisch muss dann den Fernseher irgendwie tragen. Diese beiden Punkte geben Sie an und DreamLens erzeugt dazwischen alle möglichen hunderte, hunderte von Fernsehständern, die Sie sich vorstellen können. Die sehen alle unterschiedlich aus. Eckig, rund, dreibeinig, vierbeinig, einbeinig, sonst alles, alles. Dafür brauchen Sie keinen Designer mehr, der irgendwie sagt, okay, dreibein oder einbein. Wofür Sie aber einen Designer brauchen, ist, muss der Fernseher überhaupt stehen, kann der auch hängen oder was will ich eigentlich? Will ich Fernseh gucken oder will ich einen Film genießen? Oder will ich mich erholen, entspannen? Das ist das, wo es entscheidend ist. Das ist eine Veränderung. Klar, als ich mal damals studiert habe, da haben alle irgendwie Fernseher gestaltet. Das machen Computer in nicht allzu weiter Ferne auch. Und zwar schneller als sie oder ich. Wollen wir freuen? Ja. wenn ich da eine Vorstellung wenn ich da eine Routine reinnehme, etc., hat das schon so eine Fragestellung. Also das ist da, das geht ja nicht nur um die Röntgen-Krankheiten. Bier und Windeln ist jetzt vielleicht auch mal ganz witzig. Ja, ja, ich habe auch gezögert, dieses Beispiel zu nehmen, ist schon klar. Es sollte es nur plastisch machen. Also es spiegelt jetzt auch nicht meine Gedankenwelt wider. Ich bin im Übrigen Vater. Ich war nie gefrustet, wenn ich Windeln gekauft habe und ich finde das auch alles sehr schön, Kinder zu haben. und dafür brauche ich auch kein, ich brauche kein Sixpack, um das auszuhalten. Also mir geht es gar nicht um die Beispiele, mir geht es auch um die Frage, die es jetzt zu haben. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich zu Ethik was sagen kann, dafür bin ich da wahrscheinlich zu ungebildet zu. Aber natürlich ist das etwas, was den Menschen natürlich auch ausmacht. Das ist ja das, die Idee steckt für mich auch in dieser Ethik drin, wie gehe ich damit um. Und das Beispiel mit der Rakete vielleicht ist da so. Also ich kann damit Dinge anfangen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, klar, es wäre schön, ein Manifest zu erzeugen. Alle Designer müssen ethisch korrekt handeln und sich der Ethik sozusagen widmen. Wäre toll, passiert vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle, aber es wird auch genauso Leute geben, die das ignorieren oder eine andere Vorstellung von Ethik haben. Ob das aufzuhalten ist, weiß ich nicht, aber man kann es und das ist glaube ich das, was Design machen kann. Man kann das mitgestalten. Wenn ich, das ist das belöde Beispiel mit der künstlichen Intelligenz, bekämpfe bitte den Krebs. Was macht die künstliche Intelligenz? Eliminiert die Menschheit. Gibt es keinen Krebs mehr. Also das würde passieren, das ist auch wieder ein einfaches Beispiel, aber das würde vielleicht passieren, wenn man den reinen Daten alles überlässt und vielleicht der vermeintlichen Logik. Es sind einfach andere Dinge, die da mit reinkommen. Und das ist das, was ich beeinflussen kann mit designen. Das kann ich designen. Das sollte ich designen vielleicht. Also kann ich vielleicht nicht hundertprozentig beantworten. Da müsste ich vielleicht mich nochmal schlau machen über Ethik. Ja, passt. Gut. Noch weitere Fragen? Also. Ja, eine noch. Das Beispiel mit den Pillen. Ja. Das klingt ja erstmal gut, aber der, naja, ich weiß nicht, ob das ein gewolltes Leben ist, ist ja dann, dass die Kinder halt auch gebunden werden in diese App. Weil sobald die die App nicht mehr benutzen, dann müssen die Pillen und deswegen hat sozusagen der Hersteller die Kundenbildung hergestellt. Und das sieht man ja auch in vielen anderen Bereichen. Also beispielsweise wenn man den Packen Kellogs kauft und da ist irgendwie so ein Code drauf und die Kinder haben dann dafür auch eine passende Webseite, damit die halt irgendwie, dass halt diese, die Firmen halt sozusagen diese Kundenbildung zwischen Kinder machen. Kinder sind halt nur sowas sehr anfänglich, wenn sie sowas machen. Also deswegen wundert mich gerade, also Ethik sollte eigentlich, wenn überhaupt, dann ist Ethik das Thema von KI und von Menschlichkeit und so weiter. Das ist halt, ich glaube nicht, wenn das das Wichtigste bei dem ganzen Thema. Das ist richtig, sehe ich im Übrigen genauso. Die Welt sozusagen, die Businesswelt funktioniert leider einen Ticken anders. Auch da gibt es natürlich ethische Ansprüche. Am Ende des Tages geht es aber auch darum, auch Geld zu machen. Ob das jetzt ethisch richtig ist, ich will jetzt keine Diskussion über Geld anfangen, aber eine Firma hat natürlich auch ein Interesse daran, natürlich auch ihre Kunden zu binden und nicht nur der Heilsbringer auf der Welt zu sein, sondern es muss auch eben im Prinzip, um das alles machen zu können, müssen sie ja auch was abverkaufen, sage ich mal. Ja, und die Motivierung muss halt ständig mit neuen Daten gefüttert werden. Auch. Also die Konkurrenz halt stärken. Genau so ist es, natürlich. Das ist halt auch irgendwie teufig. Ja, natürlich. Das ist aber, das liegt auch da. Es geht ja darum, wie sie damit umgehen. Das ist, wie gesagt, so ein Konzept. Man hat ja die Möglichkeit beim Gestalten, beim Vorschlag machen. Das Briefing hätte ja sein können, wir brauchen eine App, die einfach bimmelt. Jetzt können wir sagen, okay, man kann es mit Gamification verknüpfen. Jetzt könnte man auch sagen, wir haben damit, weil wir das ja vorschlagen als Designer, eher so ethische Bedenken. Wir machen so noch einen weiteren Vorschlag. Wir bauen auf dieser Idee auf und sagen, okay, das spielerische Element ist gut, weil es eben das negative, das negative Gefühl eher in was Positives münzt, haben aber ein Problem vielleicht damit und sagen, das ist es an eine Firma geknüpft. Das wollen wir nicht. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wer ist unser Auftraggeber? Wir haben ja einen Auftraggeber. Aber es könnte ja sein, ich sage, gut, ich möchte das lieber, dass es an mehrere Firmen geht. Ich möchte das Public stellen, dass alle das benutzen können und jeder sein Produkt da einstellen kann. Das ist eine endlose Kette, aber das ist das, was ich gesagt habe, auf den Ideen aufbauen. Also das, was wir gerade machen, ist eigentlich genau das, was ich vorhin erzählt habe. Ich sage jetzt, oh, das ist die tollste Idee mit dem Pilli. Und du sagst, ja, Moment mal, das ist ein neuer Punkt. Also wir machen dieses, kennt ihr wahrscheinlich auch, nicht das Ja-Aber-Spiel, sondern das Ja-Und-Spiel. Ja-Und, ja-Und. Und die Idee wird größer, besser. Vielleicht kommt sie ganz woanders raus. Das ist genau das, worum es geht. Gut, keine Fragen mehr denn, würde ich sagen, gehen wir ins Foyer zum Catering und diskutieren da weiter. Und vielen Dank nochmal an Eiko Fröger.